Wir hören ein bisschen gute Nachricht aus der Nacht, dass man da das Feuer hat eindämmen können. Und gleichzeitig weiß man doch bisher weiter nicht, was sich tatsächlich da auf diesem Sprenggelände, auf diesem Sprengplatz tatsächlich abgespielt hat, was da alles in die Luft gegangen ist beispielsweise. Klar ist 42 Hektar Wald. Grunewald sind seit gestern betroffen. Der Sicherheitsradius wurde gestern auf 1000 Meter eingerichtet. Der konnte jetzt nach Rücksprache mit dem Sprengmeister gelockert werden, sodass die Einsatzkräfte jetzt in Rücksprache mit dem Sprengmeister in Einzelfällen auf bis zu 500 Meter an den Brandherd herankommen können. Das machen wir von den Wegen dort, wo wir an kleinere Brandnester, die es immer noch gibt, nicht herankommen. Dort werden entweder Schneisen durch Panzer der Bundeswehr geschlagen oder durch einen gepanzerten Löschpanzer. Wir werden hier heute vormittag sehr, sehr viel Wasser in den Grunewald bringen mit mehreren Tanklöschfahrzeugen, mit Wasserwerfern der Polizei. Da sind wir gut vorbereitet. Also Wasser ist hier nicht das Problem.